Vom 5. bis zum 7. Mai feiert der Hafen seinen 834. Geburtstag. Die traditionelle Schiffsparade auf der Elbe soll in diesem Jahr von 250 Kreuzfahrtschiffen, Sportbooten sowie Traditions- und Museumsschiffen begleitet werden. Nachdem das Event im vergangenen Jahr coronabedingt in den September verschoben werden musste, kann es nun wieder traditionell im Mai stattfinden. Nach Angaben der Hamburger Messe soll es auch wieder kulturelle Angebote wie Musik-Acts, Schiffsbesichtigungen oder Mitmachaktionen geben. Untertitelung des ZDF, 2020